Ah, da bin ich wohl zu tief, nicht? Ja. Ich brauche dann heute eigentlich nur auf dieser Ebene. Das heißt, da unten kann ich nicht Erde auslegen. So. Ne, warte mal. Ja, ich bin jetzt hier ein paar Ebenen zu hoch. Wenn das der Boden darstellen soll. So. Ist das wirklich der Boden? Ah. Doch. Ja. So. Dann wird das wieder ausgestopft. Ne, das ist doch das der Boden, ja. Reue hier nix. Ähm. Stein weg. Ich glaube, ich muss mir eine Schaufel bauen. Nein, da wollte ich nicht. War klar. Ja. Noch schnell die Erde mitnehmen. Zombie? Hm. Verwirrend. Wohl, wenn das die Wand ist, dann brauche ich hier gar nichts. Ich bin so sparsam, dass man das Holz, dass man nur dort Holz hinkommt, wo man es auch sieht. Mal ganz ehrlich, solche Bäume, die gehören noch verbrannt. Na ja, gut. Ist vielleicht übertrieben, aber... Am meisten Menschen sind in der Ansicht, dass es bei solchen Bäumen einfach nur das, was man von unten erreichen kann, nimmt. Und den Rest mit einem Streichhals, den habe ich abgebaut, ja. Oh ja. Mit dem Streichhals... Streichhals... Feuerzeug entfernt. Gut, ich muss natürlich sagen, ich habe auch keine große Lust, das ganze Ding. Moment. So weit, so gut. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, dieser Baum da, äh... Moment, hier kann ich wieder hoch, äh... Ich weiß nicht, ist irgendwie meine Art immer, auf Bäume am liebsten drauf zu klettern und von oben sind nach unten kaputt. Auf jeden Fall, das macht wirklich keinen Spaß, solche Bäume abzubauen, weil... Wir sind so nervig verästert und überall ist noch ein Klumpen komplett von Gras umgeben. Und man sieht hier nicht und dann hängt man alles da oben. Und muss also das klarkrieren. Hab ich noch eine Axt? Ne. Also dauert das endlos. ja fast endlos jedenfalls ist das da ist wirklich und da muss man alles das gras abbauen wenn man irgendwas irgendwo ist wieder ein erdholzblock und den man übersieht sowas brauche ich noch ein diamant eisen würde ich gerne aber das habe ich so einen mangel und dann muss man alles rumkramen und dann sind dann diese blöcke die so diagonal verschoben sind also die man dann wirklich gar nicht als direkt zieht und dann fällt man wieder runter und dann muss man wieder hochklettern und alles sollte vielleicht wirklich anzünden aber dann sage ich mir auch immer wieder das sehr gutes holz kann mir alles abbauen das wird ein spaß das wird ein spaß ja ich werde erstmal den fisch mein gott früh hat so ein keks nur einen halben hunger balken abschnitt aufgefüllt oh ne das sind nicht ernsthaft zu das sind mehrere bäume die ineinander vor wochen sind oh da habe ich heute überhaupt keine lust drauf der ganze mensch habe ich aber wirklich ein feuerzeug holen der auch ich habe ja wohl es hackt mal gucken was ich da rauskriege klar das und das kann ich abmachen das und da komme ich auch dran und auch ja da liegt ein apfel ja vergiss den baum apfel ist wichtiger ganz ehrlich ich denke das holz reicht aber auch meine güte ja schön so zufrieden blöder baum zack da oben ist irgendwann wird dann einfach zu faul das werkzeug zu wechseln ja ist da noch irgendwas im busch also Busch letztlich im wahrsten Sinne des Wortes naja wir gucken ob euch das schon auflöst hm Glaswand gut eigentlich ist ja nichts mehr nur hier noch ach da ist er ja das da ist ja das pudelskern so boah hoppa was war nur was sieht so dicht aus ne ist natürlich ein ungeschicktes texturepack äh das default das default texturepack äh das hat ja oder was verwechsel ich das jetzt nicht mit irgendwas anderem ne ich meine schon das war das default default texturepack äh da war das sind ja blätter teilweise durchsichtig und das hat die vorteilige vorteileigenschaft dass man dadurch auch mehr oder weniger erkennt wie dicht das laub an einer stelle ist weil hier sieht ja alles gleich aus so dann kommen die setzen wir mal runter und daran erkennt man dann auch in gewisser weise wo ja wo noch holz ist und wo nicht so den baum habe ich jetzt einfach mal so weg gezaubert ja das war natürlich mal wieder eine spitzenleistung komme ich schon auf die idee meine neue maus äh die neue maus mit der taste zu mit der aufnahmetaste zuvor belegen und ich habe natürlich nichts besser zu tun als auch noch da drauf zu drücken ah ah über die hand von der taste weg nehmen uns besteht noch ein unglück Gut, äh, da war nix mehr. Ne, so, jetzt wird mein Garten erstmal von einem schwebenden Koloss besetzt. Das ist wirklich eine wahre Augenweile. Ich kann mir nix schöneres vorstellen, als so ein schwebendes Ast-Zeugs im Garten zu haben. Ich bin froh, dass es das nicht in Wirklichkeit gibt. Wär ja wirklich grausig. Wo war ich stehen geblieben?